Jetzt haben wir gerade von Papa Platte gesprochen und er ist in den Trends. Loll, er ist in den Trends. Jesus Christ, und das nicht weit unten. Ich finde seine Brille hässlich. Habe ich das schon mal gesagt? Aber macht ihn auch zu einem Mann. Mh, irgendwie. YouTube, herzlich willkommen zu diesem Ultra-Banger, wir packen mal wieder Pakete aus, das ist übrigens das letzte Opening die nächsten 2 Monate und bekommt ein neues Hundigfutter, weil ein paar YouTube-Vorschauer Ultra-Kumpeler fragen, okay, und das ist mal ganz gute Unterhaltung, was ist passiert? Also, letzte Opening? Das Freunde, das sind Leute hingegangen und haben an die alte Adresse einfach Müll geschickt, der ausgelaufen ist und haben in unserem Namen an andere Firmen Müll verschickt, der ausläuft. Wie fucking lost muss man sein? Also wirklich einfach nur ein Big-Fragezeichen in den Chat. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, Herzen, kommt zu dem Video und lass uns anfangen. Let's go. Kevin ist ein bisschen dick geworden, ne? Und das aus meinem Mund. Kannst du dir nicht vorstellen, Alter. Stell mal vor, ich sag dir, du bist ein bisschen dick geworden. Hat er nicht letztens so getan, als würde er mit seiner Freundin heiraten? Und hat er dann so getan, als würde er in Chicago wohnen? Ich weiß es nicht. Ist das übrigens komisch? Warte mal, das Video hat doch bestimmt Timo geschnitten. Ja. Timo, wenn du mein Video schneidest, während du das Video von Kevin geschnitten hast, nervt dich das denn, weil du das ja schon kennst? Oder arbeitest du effektiver? Antworte mal bitte, während du das Video schneidest. Es geht. Reactions auf Videos, die ich noch nicht kenne, sind natürlich immer spannender für mich. Aber an der Produktivität tut sich da nicht viel. Wir schalten zurück ins Studio. Timo schneidet ja auch für Kevin. Das schneidet auch für mich, ist einer von meinen beiden. Kuss. Grüße gehen raus. Ich werde dir heute sagen, das wird dein Video sein. Du wirst dieses Video schneiden. Weil du hast das Video von ihm geschnitten. Und das ist Schneidception jetzt. Wir haben heute eigentlich sehr viele kleine Pakete. Aber wir haben sehr viele Pakete. Wir haben 20 Pakete. Ich hatte angekündigt in meinem Livestream, dass das das letzte Mal sein wird für die nächsten paar Monate. Deswegen haben noch mal mega viele Leute was eingeschickt. Aber wir haben so 20 Pakete circa. Ich bin sehr, sehr high. Das wird sehr nice, Freunde. Let's go. Achso, übrigens. Wer auch immer das hier gestickt hat, Freunde. Das sind Süßigkeiten. Ich küsse jetzt schon mal deine Augen. Cindy wird's hassen. Sie macht gerade eine Diät. Achso. Und hier sind noch mehr Süßigkeiten drin im Untersten. Mega nice. Oh, boah. Hoffentlich war noch nichts mit Glas zu oder so. Das ist ja schwierig. Ahja. Dann noch diese hier, Freunde. Und diese hier. Also ihr seht, es ist nicht so groß wie sonst. Aber wir haben sehr viele. Also sehr nice. Fangen wir mal mit dem hier an. Das hier kommt vom guten Argit. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Kevin hat anscheinend, oder Papa Platte, ich weiß nicht, ob er es nicht mag, wenn man ihn so nennt. Ich sag einfach Papa Platte. Hat es anscheinend hingekriegt, seinen schweren Sprachfehler mit dem Anglizismus zu überwinden und nicht mehr so flyelitte Wortfetzen in den Room zu droppen. Weil da konntest du ja teilweise nicht, das ging ja nicht. Nee, hat er nicht. Okay, ich nehm's zurück. Warte ab, das kommt. In diesem Sinne, sco, sco. Aus Lons. Hört sich Jumbo PP an, der Ort. Oh, ich glaub, das ist... Ich hätte warten sollen, oder? Ich glaub, das ist der Nike-Sweater, den ich bestellt hab. Oh ja, oh, der ist nice. Preis? Äh, der wollte das für 35 verkaufen. Ich hab ihn aber runtergehandelt auf 30 und er musste Versand mit selber bezahlen. Weißt du, wenn so ein reicher Streamer mit 7000 Subscribern so nen armen Ebay-Kleineinzeigen-Wichser runterhandelt, damit der noch vers- Bruder, 10, über 10.000 Subs. A business boy. Okay, was haben wir hier? Das nächste Paket ist schwer. Und hier steht kein Absender drauf. Achso, das kommt von Amazon, das kommt von Amazon. Oh, Frage, geblieben. Ich nehm alles mit den Anglizismen zurück. Ich nehm alles zurück. Ich hab mir 36, 43 Gramm Bars von meiner Lieblingsschokolade geschickt. Das ist meine neue Favorite-Schokolade. Bro, holy shit. Oh mein Gott, zieht euch diese rein, Jungs. Holy shit. Kein Wunder, dass du so moppelig wirst, mein Kleiner. Sag mal. Alter, das sind so viele. Eine müssen wir jetzt mal testen, oder? Also ich meine, gesunde Ernährung hin oder her, aber wir können die jetzt nicht ungetestet lassen. Okay, das ist jetzt quasi also nur fürs Testen. Ich hab eigentlich gar keinen Bock auf die Schoki. Nein, genau. Das ist einfach weiße Schokolade und innen drin sind so diese, das was beim Oreo quasi, oben und unten ist. Ah, nächstes Paket, Freunde. Let's go. Das nächste Paket kommt von Kevin Teller. Dengeck bringe ich jedes Mal. Was ein Bastard-Name. Warte mal, da ist irgendein QR-Code drin. Ey, weh, das ist jetzt irgendwie so ein QR-Code zum Schwänzensong oder so, ich schwör. Okay, das sind Sticker. Oh mein Gott, ey, du, das sind ja jetzt keine Sticker zum Schwänzensong, oder? QR-Code in Safari öffnen. The QR-Code-Campaign has been disabled for some reason. Der ganze Aufwand umsonst. Der Link geht nicht mehr, Bro. Lost, Alter. Einfach alles umsonst. Oh mein Gott, einfach den kompletten Gag einfach gegen die Wand gefahren. Der QR-Code klebt jetzt links auf Dobo drauf. Ganz wild. Ich weiß nicht, wie er das geschickt hat, aber vielen Dank, Bro. Du bist Jumbo, Bro. Um euch aufzuhaitern. Okay, das nächste ist ein Amazon-Paket, Freunde. Das ist immer gut, okay? Amazon, immer gut. Okay. Oh, da wurde ich schon gespoilert. Das hat mir derjenige schon geschrieben. Das war der Meme-Mann im Chat. Also ich will nichts sagen, ne? Aber man merkt schon, dass es Timo schneidet. Timo, kannst du unsere Videos bitte unterschiedlich schneiden, oder was? Ich schwöre dir, ich hab auch mal gepustet, du hast das auch so geschnitten. Ansage ist raus. Also wenn ich jetzt puste, machst du irgendwas anderes mit dem Dings. Ich puste jetzt testweise. Ich puste jetzt mal besser. Freunde, wir bauen... Alter, Bruder, die sieht ein bisschen, äh... Die sieht ein bisschen misshandelt aus hier vorne, Alter. Brr. Okay, wir bauen einen Namen für diese Kuh. Milky. Okay, das ist Milky, die Kuh. Okay, nächstes Paket vorne. Okay, was ist das hier? Das hier... Okay, hier steht Papa Platte drauf. Und hier ist eine Knisterfolie. Oh mein Gott, okay, es fängt gut an. Hier steht World of Warcraft. Warte mal, das WoW-Office ist in Frankreich. Vielleicht ist es was von Blizzard. Oh. Okay, hier ist eine Kräutermischung drin. Mhm, genau. Kräutermischung. Klar. Ähm... I don't know. Okay, hier steht Happy New Year 2020. Okay. Okay, komm ein bisschen spät. Komm ein bisschen spät. Happy New Year 2020 von Marie. Und dann ist hier Flower Seeds to Plant. Das sind einfach Pflanzensamen. Na klar. Mehr steht da nicht drin. Okay. Dann ist es ein... Oh mein Gott, ist es ein WoW-Blumentopf? Oh, das ist eine Tasse. Das ist eine Tasse. Oh. Da steht World of Warcraft drauf in so schwarz-matt. Und darunter steht mein Name. Shit, let's go. Das ist nice. Dann hast du hier noch so einen Runtersetzer. Ich bin neidisch. Ich bin Tassenfanatiker. Cool. Oh, Alter. Ganz ruhig. Danke, World of Warcraft. Smile. Nächstes Paket. Okay. Ja. Ein Karton in einem Karton. Greta würde sich freuen. Okay. Hier ist ein Brief. Ein Gruß von Thomas. Hab mir zwar gedacht... Habe mir zwar damit wenig Mühe gemacht, aber ich hoffe, es kommt an und du bekommst nicht 20 weitere Tassen von anderen Zuschauern. 60 Zentiliter sind 600 Milliliter, sind 0,6 Liter. Der Mathe ist stark. Thomas, ganz weirder Flex. Okay, was ist das hier? Ne große Tasse, oder was? Mit 600... Ist es ne Tasse, wo ich 600 Milliliter reinmachen kann? Ha! Es ist ne Tasse, wo draufsteht, es gibt nur einen besten Papa. Meinen. Junge, ganz, ganz wild, Alter. Holy shit, aber die ist auch echt groß, Alter. Mega nice. Danke, Jungs. Ich küsse eure Augen. Okay, das Paket kommt von Nils. Vorsicht, Glas steht da drauf. Oha, das ist voll viel. Alter, wenn der nochmal das Messer so zum Körper führt. Steht da drauf. Bruder. Bruder. Oha, das ist voll viel. Also den Tee hatte ich tatsächlich schon. Den hab ich tatsächlich schon zu Hause. Von nem anderen aus Riesenboy. Ah, das ist ne Tasse anscheinend. Oh, sind zwei Tassen sogar. Oh, die sind süß, Bro. Holy shit. Die sind nice. Und davon haben wir zwei, Freunde. So, was ist da noch drin? Hier sind noch Teller. Er hat mir so... Oh mein Gott, er hat sogar Unterteller geschenkt. Herr das Servies. Ah, Freunde, jetzt können wir... Oh. British Tea Time. I'm Darling, can you give me a cup of tea, please? Oh, wild. So, Freunde, wir haben zwei kleinere Pakete jetzt. Ich glaube, ich möchte meine Behauptung aufstellen. Kevin war noch nicht so lustig, als er dünner war. Und seitdem er dicker ist, hat er nicht nur mehr Humor, sondern ist auch erfolgreicher auf Twitch. Das wird aber im Umkehrschluss direkt von Commander Krieger widerlegt. Deswegen möchte ich meine Aussage komplett zurückziehen. Kuss. Kuss aufs Auge, wer auch immer das geschickt hat. Danke, Bro. Was haben wir hier? Wow. Holy shit. Ein Mauspad. Das ist so ein Normie-Mauspad, Bro. Da kann man dann hier zwischen die Arschbacken vom Pepe, kann man seine Hand legen und kann dann halt so zocken, ist ja übel wild. Holy shit. Das ist richtig gut. Alter, übel bequem, Bro. Freunde, wir machen Süßigkeiten auf. So. Oh. Oh. Freunde, das ist gar keine Schokolade. Das ist ein guter Wein. Alter. Bitte? Nicht schlecht. Wait. Wait. Wait, ist hier der Wein drin? Das ist ein billig Tetra-Pack-Wein in einer 5-Liter-Metro-Plastik-Packung. Das ist das, was du für 50 Cent kaufst und dann für 17 Euro auf dem Weihnachtspark mit Pfand zurück weggibst. Schön warm. Ich habe mal aus Versehen so Milch gekauft. Kein Joke. Ich habe mal in so einer Packung Milch gekauft, weil ich nicht hingeguckt habe. Und dann habe ich so einen 10-Liter- oder so ein 20-Liter-Plastik-Ding gehabt. Und du versuch mal so, dir einen Müsli einzuschütten, Bruder. Was sitzt du da? Oh, großartig. Ach, man sollte das gar nicht öffnen, oder wie? Hier kann man das öffnen, oder ist hier so ein Hahn, Bruder? Was? Was? Das ist ja was... Was? Open hier. 5 Liter Wein, Junge. 11 Prozent. Bro, ich kann doch jetzt nicht 5 Liter Wein anreißen, oder? Ja, komm, wir machen... Mach ihn auf, Mann. Was sind das? So undankbar, ey. Mach ihn auf. Was soll's? Schön hier aus der... Es gibt nur einen besten Papa-Tasse. Komm, ganz ehrlich. Tschüss, Freunde. Schmeckt sehr nussig irgendwie, gell? Billig. Billig? Leichter Nachgeschmack nach Tankstellen-Geruch. Ich möchte kurz sagen, Kevin hat bestimmt noch nie einen Wein getrunken. Das Einzige, was der mit Wein kennt, ist, wenn er die Ente zu sich nimmt und dann sagt er immer, hast du auch was, hast du auch eine Cola da? Du bist wahrscheinlich böse aus dem Leben, aber jetzt geschmachlich haut er mich jetzt nicht so übel aus dem Hocker. Mhm. Naja, egal. Hauptsache, er knallt, wa? Hm. Oh. Joa, lecker. Naja, wir machen mal weiter. Die kenne ich. Die hat mein Großonkel meinem Vater immer zum Geburtstag geschenkt. Die ist wirklich schlecht. Okay, ich habe nichts gesagt. Die ist wirklich bald anscheinend. Nächstes Paket, Freunde. Kevin ist tatsächlich Weintrinker? Wait a minute. Du willst mir erzählen, dass dieser wilde Typ mit dem Arschpepe-Mausbett Weinverkoster ist, oder was? Oh mein Gott, ey, weißt du? Mon Dieu. Und der Absender hat keine Adresse. Der Absender heißt Timon. Okay, we got him. FBI Open Up Meme, now. Dude, what the fuck? Es ist einfach eine Pub-Mg. Eine MP5 aus Pappe, Bro. Die kann man so viel lange Weile haben, dass man so kreativ wird. Die ist bestimmt auch funktionsfähig. Was ist los mit dir? Ich finde es nice. Extrem nice. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Okay, ich sehe noch drei Pakete. Wir machen erst das Größte auf, Freunde. Weil Groß ist meistens gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, es hat etwas mit Fortnite zu tun. Ja. Ja. Es ist ein Fortnite-Skull-Trooper-Kostüm, Bro. Wow, guck mal, es kam sogar ein Chak-Chak dazu. Und man dann so, oh mein Gott. Bro, man kann hier so trinken reinmachen. Und dann kann man so den Chak-Chak trinken. Du, das ist genial. Holy shit. Boop, 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 boop. Ich fühle mich ultra wohl. Ich sollte den kompletten nächsten Stream so machen. Alter, ist ja richtig chillig. Ich bin, what the fuck, Alter. Ein bisschen eng, oder? Bro, es ist einfach durchsichtig. Kurz Chak-Chak trinken, Freunde. Shit. Ich habe eine fette Idee. Full live. Werden sagt. Machen wir weiter. Ich fühle mich nur minimal wie ein Idiot gerade, Jungs. Wir machen weiter mit den nächsten Paketen. Okay, wir haben eins, was aussieht wie so eine Bombe. Und dann haben wir hier noch eins, was aussieht als jetzt, weiß ich nicht, Vincent gemacht. Ja, perfekt. Ja, machen wir das von Vincent auf. Wie, hä? Du hast das Paket geschickt, um einen Brief zu schicken? Ähm, Dude, es gibt Briefumschläge. Just saying. Bitte liest erst den Brief, bevor du den Rest öffnest. Am Ball findest du einige Exemplare meiner ersten Sticker-Kollektion. Es wäre cool, deine Meinung und Feedback zu erfahren. Und ich grüße noch meine Sponsoren, Paul und Anni. Ein Moment, meine Eier jucken. Oder ich habe so Angst, dass ich die Sticker durchgeschnitten habe. Okay. Es sind Enten da drauf. Ich bin echt super verwirrt, Bro. Aber ich kleb den... Ich gehe nicht auf Domo. Okay? Perfekt! Das ist eine ernsthafte Sticker-Kollektion? Ist auch... Sooo! Sticker-Kollektion? Bist du 13, Alter? Oh, nee. Sticker-Kollektion. Nächstes Paket, Bro. Okay, das hier ist das letzte Paket. Freunde! Wir haben es geschafft. Wir sind beim letzten Paket angekommen. Das Paket kommt von Lennart. Bitte in einem Video öffnen. Oh nein. Oh nein. Es ist ein YouTube-Normi. Hallo, Poppa-Plotter. Ich hoffe, dir gefällt diese Schriftart. Die Schriftarten sind fucking Jumbo-Trash. No joke. Oder doch die hier? Wie wäre es mit der? Spaß. Aber jetzt geht es nochmal weiter. Mit Comic-Sense, Bro. Wild. In der Box sind ein paar wirklich nützliche Dinge drin, wie zum Beispiel das Ladekabel. Löscht euch alle! Den Rest von dem Styropor-Flugzeug habe ich verloren. 16 Franken für andere. Da warst du bestimmt einmal bei Verdi's XT. Okay, warte mal. In der Kiste liegt auch noch eine fette Dono. Kannst du auf Ihre den ADAC-Stick auf Domo kleben? Warte mal. Papa-Platte nennt jemand einen Normi? Nachdem er einen Chak-Chak erkannt hat? Domo ist sein Ventilator. Boah, ich glaube, ich brauche auch ein bisschen personalisiertes Ding. So, ich nenne das Displays ganz rechts jetzt Walter. Oder was? Ich verstehe nicht. Okay, ich bin gespannt, was mich erwartet. Also, ich habe erstmal schon mal 1,20 hier verdient. Das geht straight up vorbei am Finanzamt. Darauf werden keine Steuern gezahlt. Was jetzt? ADAC Luftrettung Christoph Rheinland-Köln. Warum soll ich das auf Domo kleben? Bro, what the fuck? Hat das hier noch ein Flugzeug? Ja, Bro. Also, da fehlt auf jeden Fall überhaupt nichts. Das hat noch perfekt funktioniert. Super Sache. Ja, wildes Paket zum Abschluss. Auf jeden Fall. Habe ich irgendwas vergessen? Ach, Melchi, du dummes Schwein. Bruder, sie wollte sich hier Corona-saben. Aber ohne mich. So nicht, mein Junge. Bro, dort haben wir 2017. Und das ist eine Harry-Potter-Brille. Super Gag, dude. Holy shit. Wirklich, also das ist ja wirklich... Also, wirklich... Dementsprechend, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert diesen... Ich dachte, er hätte jetzt eine neue Brille an, aber ich seh die gar nicht. ...kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss. Hä? Versteh ich nicht. War auf jeden Fall ein unterhaltsames Video. Liked es, abonniert es, klickt es, Glocke, alles rein.